Und damit herzlich willkommen zurück zu Warhammer Vermittail 2 mit Simon und dem Zwerg hier und zwei Randoms. Wir haben es jetzt gerade eben schon mal versucht und davor auch schon mal. Aber wir haben uns heute noch gar nicht warm gespielt. Ja genau und ich brauchte noch eine Sekunde, bevor wir gestartet haben. Ich war immer so frei, es reinzuschreiben. Ja, ja, nur mit der Ruhe. Schaffen wir schon, hoffentlich. Genau. Also ich erzähle es jetzt zum dritten Mal, aber macht nichts. Und zwar ist mir mein Displayport-Kabel gestern abgeraucht. Heißt, ich muss jetzt mein HDMI-Kabel einsetzen. Und das ist nicht ganz so witzig, deshalb gibt es die Folge auch nur in Full-HD. Weil das Spiel in Full-HD ist, damit ich, äh, damit mein Kabel weniger machen muss. Ich hoffe, es bringt einigermaßen was und es läuft ein bisschen flüssig und ich kann gut spielen. Dafür ist jetzt halt die Qualität ein bisschen schlechter. Wir werden es sehen. Aber bei der Menge an Klicks, die ich momentan noch kriege. Fällt es überhaupt nicht auf. Ne. Aber vielen Dank für alle, die schon nicht gucken. Ja, das möchte ich auch sagen. Ich kann mich ja nochmal bei dem M17-Abonnenten bedanken, der irgendwann vorbeigekommen ist, letzte Woche. Ich kann mich auch bei meinen Elf bedanken. Oben war noch ein Fass, aber. Ich hatte, ähm, zwölf Folgen Jurassic World aufgenommen. Oh oh, jetzt kommt irgendwie ein Aber. Ja, ich habe, ähm, alle gelöscht. Bis zur fünften. Warum das? Ich weiß nicht. Die waren einfach weg. Ne, wahrscheinlich, ich hab die an einem Stück aufgenommen und wahrscheinlich dann die gesamte Aufnahme gelöscht. Äh, ein bisschen traurig. Aber ja. Werde nachreichen. Aber deshalb kam die Lücke. Weil ich keine Zeit hatte zum Aufnehmen. Ähm, ja. Wie gesagt, ich reiche es nach. Klingt wohl gerade bei mir? Oh Gott, ich bin halt noch gar nicht drin mit Sienna. Das ist so mein Problem gerade. Ich geh jetzt zur Kuba unter. Ich bin mal hier hinten bei Karegen. Verzeihung? Gesundheit. Hab Bock. Gerade, glaub ich, hier einen einfach in die Wand reingeschubst. Hier wäre noch ein Halt warm. Oh, Kare. Kuba mit dem Grimoire ist fast tot. Oder nimm du den? Ja, mach doch nichts. Ich hab markiert. Ich würde gerne nehmen, Karegen. Okay. Siehst du, die Beuterrat irgendwo? Du hast sie getötet? Ist schon weg. Nein. Karegen hat abgeschlossen. Ich renne mal kurz hoch. Um Kuba zu helfen. Kriegst du da hinten die hinter dir? Ich laufe gerade ein bisschen zu euch, damit ich... Okay, gut. Aber ja, krieg ich. Ich nehme mal deinen Geschwindigkeitsdrang dann mit. Und ich glaube... Nee, weil man... Ich hab ja relativ große FPS-Anflüssen wegen dem Kabel. Deshalb laufe ich lieber zurück, solange es noch geht, statt Risiko zu gehen. Das ist so schlecht, das ist krass. Ich glaube, das ist das Kabel, was bei der Xbox auch dabei war. Ach, willst du jetzt auch noch Microsoft beschuldigen? Nein, ich hab die ja nicht von Microsoft gekauft, die Xbox. Die ist ja aufgemessen. Also von einem Kumpel. Okay. Jetzt weiß ich, ob das das Original-Kabel... Ich hab meins auch vom Monitor genommen. Ich bin halt der Meinung, das sollte... Also, ich hab ja DisplayPort zum Glück. Das sollte ja auch in Ordnung sein eigentlich, was damit geliefert wird. Zumindest hab ich bisher keine Probleme damit. Naja, mein DisplayPort-Kabel vom Monitor hier jetzt abgeraucht, vom 4K. Und der Full-HD hatte, glaube ich, damals nichts dabei, außer Strom. Außer... Alter, krass. Aber du hast den ja auch Second-Hand bekommen, gar nicht? Nee, das ist mein 4K-Bildschirm. Meint ich doch. Den hab ich gebraucht gekauft. Da war alles dabei. Aber ich glaube, ein VGA-Kabel war damals noch dabei. Also mein Full-HD-Bildschirm ist hier schon richtig alt. Ja, meiner auch. Der Zweite hier, der hatte auch noch VGA 2017 war, als ich mir den gekauft hab. Was? Ich bin so langsam. Oh, das ist aber auch immer total ungewohnt, jetzt gerade ein bisschen Wärmtheit zu spielen. Alles wieder so wackelig. Wir haben, ähm, Reiter übrigens, ohne Aufnahme. Alter, das ist nie gezockt. Ja, aber ich würde das nie auch nicht aufnehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich hab überlegt, das vielleicht zu machen, weil es noch nicht... Aber genug ist. Wir werden sehen. Wir können auch gerne mal spät aus, wenn du auch unbedingt möchtest, ein paar Runden spielen. So. Mal schauen. Da ist noch, ähm... Ich lass das fast mal hier liegen, wenn wir dann gleich zurückkommen, wenn wir es anzünden. Ne, ich hatte vor, vielleicht morgen... Achso, morgens Sonntag. Ja. Mal zu gucken, ob ich da vielleicht noch zwei, drei Folgen spielt oder so, aber... Folgen, äh, zwei, drei Runden. Stunden? Stunden, Runden, ja. Sekunden werden es ja wohl Counten sein. Ne. Oh, hier ist wieder Gunst und hier ist ein Drank der Konzentration. Es ist halt schade, dass, weißt du, die Kirlian hat alles schon mitgenommen und ich kann halt... ...da nichts mehr mitnehmen. Okay, dann trinke ich den werden. Ich kann halt nicht so schnell schließen. Ja, alle gehen auf den Kärz. Jetzt kühl ich ab. Hier wäre nochmal... Dings, okay, ich trinke einfach. Ich weiß, ich habe die Konzentration. Ich habe auch Konzentration. Hier ist Heilung für dich. Ja, ich tränke die. Ja. Und wie viel Feuer ist hier? Ja. Oh, Mann. Mit deinen Thumbnails würde ich ungern tauschen wollen. Es sind ja nur die automatischen. Ja. Autsch, warum geht der jetzt auf mich? Wer denn? Der. Der ist vorhin. Ja, fragst du den Falschen. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich hoffe, man hört das Klicken meiner Maus auch nicht zu hart. Hör doch mal mein Mikro. Noch ein bisschen besser ausrichten. So. Das ist jetzt doof, dass der Red gar nicht ist. Gar nicht. Okay. Ich bin ausnahmsweise mal gut gegen Monster mit dem Stab. Ich brauche ein bisschen, aber... Oh, er ist mal wieder tot. Tot? Ne, gegangen, oder? Beides. Der war tot und ist angegangen. Ja, der ist gegangen und bei I halt aufgefüllt. Naja. Haben die beiden einen schlechten Ping. Ja, Kyrillian hat aber auch einen schlechten Ping gehabt. So viel dazu. Nicht, dass es jetzt gerade ein Serverproblem oder so gibt. Wir werden es merken. Ja, wir werden leiden dann. Hey, wir haben das Krim wieder. Ja, Kuba hat es doch. Wenn die verlassen, verlieren wir es doch nicht. Ich renne mir da so voll die Hand. Naja, okay, dann treffen wir uns hier oben. Ich schieße sehr schön meine Berge rein. Also meine Flammensperre oder Blitzstab. Irgendwie so heißt das ja. Eigentlich ist die Ecke hier echt angenehm. Ja. Genau, solange kein Blitzstab oder so kommt. Ja, der kann ja nur einen von uns. Kyrillian hat schon die Hook-Ratte. Ich hatte die Hook-Ratte. Also zumindest eine. Das meine ich doch. Ich will ja auch mal den Huntsman hier begrüßen. Ui. Ui. So. Aber es gab auch in der letzten Zeit ein paar Probleme anscheinend hier in Verminteid. Was das angeht. Die ganzen... Ähm, Serverprobleme und so. Gab es anscheinend. Letzte Woche oder so gab es das, weil ich das mitbekommen habe von der Community. Na gut, keine Ahnung. Hier ist nochmal Kunst, Alter. Wir haben dreimal Kunst bekommen. Bis jetzt. In der Runde. Schon mal die Elfe. Oh, hier ist ja Feuer. Nicht so gut. Ey, das geht gar nicht. Ich habe die weggeschubst. Ich konnte ja ein bisschen helfen da. Ja. Karillian-Bot räumt echt auf. Ich dachte gerade kurz ist mir ein Berserker gewesen. Da ist eine hier, aber... War das jetzt Berg zufällig? Ne, ne. Das war eben so ein ganz normaler Random. So. So ein Raider heißt er, glaube ich. Die mit dem Schild? Ne, die aber ohne Schild. So. Alter. Hab ich gerade viel Schaden bekommen. Diese verdammten Japlans. Kein Karillian-Bot heilen, theoretisch. Ach, da kann sie sich auch selbst heilen. Ich hab einmal auf den geschossen. Oh Gott. Ich bin halt noch gar nicht mit Sienna drin, wenn ich ehrlich bin. Also gar nicht, gar nicht. Ich geh zur Kiste. Ich nehm einen. Den Trank da. Oh Gott. Dich nur einmal, zweimal. Einfach so zwei Pixel andern Kopf vorbeigeschossen. Ich fühle mich gerade schrecklich. Ja, mir fallen nicht meine Runde. Ich warte mal, ob Kuba das vielleicht nimmt. Willst du den Trank nehmen? Den? Ja, nee, nimm du den. Nimm du den mit. Ich dachte, du nimmst den für den Bosskampf mit. Aber dann kannst du ganz oft boosten. Egal. Ja, aber das Boosten ist, äh, Stärke ist besser. Gut, gut. Weil desto mehr Schaden ich mache, desto öfter leert sich mein Super auf. Ich nehm dann nochmal die Heilung da, wenn da welche liegt. Ja, ihr liegt welches. Wenn es alles nicht, dass Kuba ohne zu fragen halt das Dings bekommen hat, das... Moa. Naja, man kann nicht alles haben. So. Ich mach dir mal ein bisschen Feuer. Nice. Ich konnte leider nicht so viel machen. Aber ich find's krass, ähm, wie langsam ich hier als Yenner bin. Und wie schlecht ich grad treppe. Ich bin von der Performance meines PCs, also meines Kabels, grad hart echt abgelenkt. Guckst du nur, ob die FPS-Anzeige oder wie? Ich hab ja keine FPS-Anzeige. Nein, aber ich gucke die ganze Zeit, ja, wirklich gefühlt, hab ich die ganze Zeit aussitze. Alter, dass das so schlimm ist. Du solltest vielleicht mal gleich den Boni-Trifer auf HD stellen. Nach der Aufnahme. Andere Seite, andere Seite. Oben lang. Scheiß langt. Ja, ich begas. Zwischen den Toren. Genau, hier durch. Tada. Und dann genau rechts lang? Ja, theoretisch weiß ich's auch. Ich bin da unten. Ich warte hier oben kurz. Ich lauf runter, ich komm zurück. Nö, ich bin hinter dir. Ja, ich mag den Blitzstab schon sehr. Ich mach... Ich lauf zur Kyrillian. Wir umdicken vor der Hand, ich komm wieder zurück. Oh, da kam ein Assassiner und ich hab die Hupprate deshalb nicht gesehen. Und du bist auch dort? Ne. Nein, ich war nur gehockt. Ich hab mal meinen Trank getrunken, um die Kleinen hier alle wegzuholen. Aber ich bin grad eben dann auch noch an dir vorbeigesprungen. Eben ist so viel Feuer. Genau das war der Plan. Das ist nur ein bisschen doof, weil ich ihn jetzt sehe. Hier ist noch mal Heilung, ja? Hier unten drin. Wir sind vollgehend. Ja, ja. Und Kyrillian. Ich bin echt so kacke im Treffen gerade. Ist schrecklich. Du rennst zur Kyrillian? Ich lauf mal hier lang. Nicht so viel für die Blight-Stormer. Medikamente Supplieren sind gelöst. Komm! Ich find' ein Stab allein. Ich bin tot. Ich bin tot. Uiuiui. Jawoll. Helft, du hast besser gesehen. Das Problem ist halt, ich muss den Stab immer so lange aufladen. Dass er die volle Ladung erreicht hat. Zumindest mach ich das so. Ich kann ja direkt den Schlüssel machen, weil dann hört es sogar so weit. Ich weiß, die Welle auch, wenn wir den Schlüssel hier machen. Ich bin schon da. Hat noch ein bisschen Spaß gehabt. Ich renne durch. Gut, gut. Ich bin... Ich renne auch durch. Und ich schlag hier natürlich den Generator. So wie sie. Ich bin mal auf den Bosskampf gleich gespannt. Ich rohe Karinian. Wie war das hierhin? Und dann hier hoch? Ne, ich bin grad zu dämig dafür. So. So. Ich geh mal zu Kuba. Kuba ist hier. Ah, Kuba ist hochgegangen. Okay, dann bin ich auch auf dem Weg. Aua. Gibt's hier nochmal Heilung? Nö. Keine für mich. Okay. Ich find's immer lustig, dass die Äxte von dem Zwerg halt einfach schon fast so groß sind wie der Zwerg selber. Wenn man die so hinstellt. Muss. Muss, sonst wär's keine Axt. Ja. Sonst wär's kein Zwerg. So, ich geh mal in die Lieblingsecke. Tadam. Mach mal hier ein Screenshot. Ich hab noch gar kein gemacht, die Runde. Ich geh mal in meine, nicht Lieblingsecke. Ich behalte es fast, wenn's brenzlig wird. Dann treffe ich das. Wenn's gut, dass schon eine Kette einfach abfällt. Oba, Zuckung. Ja, ein bisschen aber nur. Ich geh mal in die Kleinen. Ich krieg kein temporäuses Leben, wenn... Ich hol sie. Mach du einfach weiter. Ja. Ui, der ballert ja voll auf mich drauf. Ja, der Dicke geht auf mich. Krenn ist tot. Okay, ich bat mal hier, wenn sie gleich spawnt. Ich bin auch eventuell gleich. Deshalb, ich will jetzt nicht den... Heiltreim verschwenden. Traur bist du noch nicht, gell? Nee, ich war nur... Angehittert. Alter, hast du mal weggeflogen. Ja. Ich muss mal hier klein bisschen... Wobei, nein, ich nehm nicht den Heiltreim. Genau deshalb. Okay, ich geh mal dann wieder in die Ecke hier. Autsch. Und du bist der Letzte. Ich weiß nicht, dass ich das Letzte bin. Ah, ich steig hinter dir. Genau. Ich muss laufen. Bis ich Dings bekomme. Rechts von dir liegt Heilung. Ja, nehm ich mal kurz mit. Hinter dir ist der Kleiner. Ich wollte dich mal schnell. Ich versuch, Karelien zu holen. Oh, ich hab Karelien geopfert für mich. Ist in Ordnung. Ist auch ziemlich spülbegrad. Komm schon, komm schon, komm schon. Das passt, nein. Ich hab ihn auf mich abgelenkt. Sehr gut. Komm, komm, komm. Jawoll. Irgendjemand ist wieder gestorben. Beryllien, wer sonst? Ich bleib jetzt relativ bei euch. Aua. Ich nehme mal den Folianten hier wieder mit. Also wenn wir uns gleich damit, ihr als Zuschauer mal eine Idee habt. Wenn ich grau bin, normalerweise mit dem Kabel, so sieht momentan die ganze Zeit mein Bildschirm aus ungefähr. Ich hoffe, die sehen das nicht. Nein, sie können sie ja nicht sehen, weil die Aufnahme ist ja vom PC nicht vom Bildschirm. Ja, ich meine nur. Deshalb kannst du ja das Kabel sogar rausziehen und eine Aufnahme machen. Aber... Ah, hier ist eine Bombe. Trotzdem, nun mal. Also das ist echt witzig. Bei mir liegt Verbandszeug. Das ist mir ehrlich gesagt gerade relativ bei... Ich denke, ich nicht die beste... Waffe bin. Nee, ich meine nur. Oh Gott. Er hat mich wieder ganz besonders gerne. Vielleicht habe ich ihn gleich schon. Nee, hat nicht gereicht. Okay, er ist schon so gut wie tot. Hier liegt auch immer, wenn man zeigt. Ja. Er ist down. Nein. Nimm das Verbandszeug dann kurz. Schalte dich kurz. Ich habe... Danke. Perfekt. Ah, im Ernst. Er sind jetzt... Zum Glück habe ich koordiniertes Ablocken vor der Runde auf mein Dings gemacht, ey. Ich habe nicht gedacht, dass das so über hier helfen kann. Ich warte noch mal eine Sekunde auf, ähm... Kuba. Ja. Ich habe gerade, glaube ich, lebende Eier von Kyrillian wahrscheinlich, weil die das Talent hatte. Dass die uns auch mit regeneriert, bis zur Hälfte. Ich hatte ja noch die Bombe, die ich gerade eben gefunden habe. Aber schon krass, gell? Wenn mal jemand nicht irgendwas spielt, was extrem viel aushält, wie übel es werden kann. Ja. So. Gut, wobei, der hat einen Kralzritter dabei. Also... Ja, ja. Am Anfang. Hat man nichts gebracht, ja. Diese Dinger sind auch so langsam von Sienna. Und dass es so wackelt, hilft halt gar nicht mit, mit der Genauigkeit. Ja, und Kuba hat wirklich irgendwelche Zuckungen. Ja, am Zuschauer. Ich bin noch gespannt, ob er das absichtlich macht oder ob das einfach nur ein Bug ist. Ah, ist ja... Kann boosten, scheiße. Naja, zweimal. Ich der erste gewesen. Naja. Ja, okay. Ich glaube, Kuba macht das absichtlich. Oh, Mann. Was... Was... Desaster, aber wieder. Sind wir mal ehrlich. Ah, schön, schön, schön. Kann nur besser werden. Ja. Alter, 30 Minuten Folge mal wieder. Es dauert mal wieder 1000 Jahre, die hochzuladen. Ja, aber mir geht's, weil wir sind ja nur Full-RD. Ja, ja, ja. Du Guter. So, hier. Oh, guck mal. Acht Beute-Würfel. Neun ist das Maximum, was wir theoretisch hier bekommen könnten. Ohne wöchentliche Events und so. Das hat sogar für eine Dings gereicht. Für eine Imperator-Truhe bei mir. Hey. Achso. Ne, das ist ja der Brust. Naja, nach diesem kleinen Desaster sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.